Perdo hat ihn gesniped bekommen nach ein paar Minuten nur. So wunderbar. So, erstes Spiel mit Ronaldinho. Ronaldinho gegen R9 bietet in den Ball zu dem König. Gott, der fühlt sich so verwirklich an. Oder was ist das? Was? Dann machst du den nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ronaldinho. Und der auch mit der Vorlage. Er hat sich also mitballert. Er hat sich sehr, 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 sehr krank gefühlt. Oh mein Gott. Alter, das ist pure Fun. Nein! Lass mich doch mal spielen, Mann! Nein! Hey, nee! Ronaldinho ist ein Träumchen. Bayern-Team. Digga, ist das für ein Tel 87? Oh nee, Mann! Ich wollte gerade sagen, wie geisteskrank fühlt er diesen Rebirth-Elastico? Boah, so ein Anspiel, wie ist der? Das ist es halt, Chat, das ist es halt. Das sind sie halt, die vier Weakfoot. Oh mein Gott, Mann! Nika! Was ist das? Es kracht, derger. Sein Team-Name sagt alles, es kracht. Er hat null Schütze, aber 55% Ball besitzt. Nein, weg rein, ich will nichts lesen! Außerdem hat er 14,3 Millionen gekostet und nicht 15 Millionen. So, Chat, jetzt könnt ihr schreiben, was ist los? Metabest. Mächte. Und Schuss! Benjamin Rollheiser-Gegner. Ich weiß auch, ob die Future Stars, der ist ein Future Star. Der bessere Garnascho. Hätte Garnascho diese Stats, dann wäre es eine coole Future Star-Karte. Review zu Dinjo. Wird die Coins auch nicht wert sein, aber spaßigste Karte, die man spielen kann, glaube ich. Ah, Server sind nicht Bombe, ne? Gestern Nacht war Bombe, die Server, muss ich echt sagen. Ja, der goldene Van Dijk. Was, ey, der hat wirklich nicht so ein gutes Team, aber hauptsache Quarra-SPC gemacht, ne? Ach, der ist das für ein Touch von der Tauers. Das ist so geil, ne? Aber egal, selbst wenn es so eine Ballrolle ist, ist es so clean, wie er das macht. Guckt euch das an! Oh! 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 Hat man grad' bisschen den Lupfer-Playstyle gemerkt. Ach du Scheiße! Leao! Oder Leao, Mann. Was ist das auch schon wieder für ein Schuss? Warum nicht mit Vollspann? Mann, mich nervt das so sehr dieses Jahr, dass sie das noch immer nicht gefixt haben. Das Spiel... Die werden das auch nie wieder fixen, ne? Dass die so oft mit dem Innenriss schießen, wenn man Vollspann spielen würde. Ach, der schießen will. Bro, wieder mit dem Innenriss. Mann, ich kann das nicht denken. Wieder mit... Das war auch dumm, ich wollte Übersteiger machen. Und nicht den Roulette. Das war kacke. Ja, was war das für... Ronaldinho macht diese Challenge damals bei Barcelona auf dem Platz. Posten zurück, Latte zurück. Oh mein Gott, ich bin weitergekommen. Zum Glück ist der gequittet. Oh mein Gott, let's go. Mega, schon wieder Kimmich und Bruno. Oh, ich kann das nicht. Was ist los, Fight, mit deinem HSV-Gegner hier? Hm? Den du hier so anfeuerst, du kleine Bitch, Fight. Also, erhältst du eigentlich was? Ist gut gegangen, aber ich hab schon einen Spieler nicht angeredet bekommen. Nein. Nein. Liao, Mann! Oh mein Gott! Ja, der Elfer! Ich bin am Stick gedreht. Es ist Ronaldinho-Gegner. Raus, 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 raus. Mit Hamburg. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Wieder zurück in die dritte Liga bald. Mach eben schnell mal einen Eigenpick. Vielleicht schaff ich dann das Spiel noch gegen dich. So. Casey, bring mir jetzt mal Glück, Junge. Aber auf RTG hatte ich so viel Glück. Trickstar. In Silber. Gines Plus. Wird sehr gutes Dribbling. 86 Dribbling? Bro. Was ist das für eine Dogshit-Karte? Hm? Gut. Der mockt. Gib mir was, gib mir was, gib mir was. Ein IV wäre ein... Technical Plus. Gib mir ein richtig geiles Dribbling. 1 und 9. Ah, Balance. Sieht okay aus. Sie sagen nicht, dass das wieder best ist, ne? Ah, schrotzt jetzt. Ach, Digga, Rivaldo. Zwei Mocker bisher. Okay. Aua. Aua, Herr, hat Hullit, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ist nicht Hullit. Ach, Digga. Ist Drogba, oder? Ich weiß nicht, wer das sonst hat. Oh mein Gott. Äh, Playstyles hätten... Digga, warum hat Drogba dieses Ruhepol? Ich dachte gerade wirklich Hullit, ne? Hat Hullit andere Playstyles? Die passen alle auch irgendwie zu Hullit. Okay, jetzt schon mal kein Finest, der Letzte. Grätsch. Oh. Und es ist nicht mal Dini. Dann ist es Nester. Nester oder... Resi. Also, wie geht das? Krocher, 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 krocher. Ja, dann nehmen wir wohl das Fodder, oder? Oder kommt Marie Kelly mit zu einem Einsatz? 5-5. 5-5, aber nur ein Bein. Ist nicht... Ich nehme Butter mit. Ich glaube, da war jemand... Da war niemand 400k-Wert, ganz knapp. Zim-bom-bom. Zim-bom-bom. Ach, du Sche... Bruder, er hat... R9-Messi, Kea, Puteas, Frimpon gezogen. Ja, okay. Egal, grüner Time-Finish ins Kurz. Wie? Geht der nicht rein? Ich sehe Saliba. Geht sehen. Hat der 87er-Lorente-Chat, ne? Ich spiele die Karte mit den meisten Spielen in meinem Verein, ne? Hat der eigentlich einen Playstype? Los. Kennst du den Gegner? Kennst du den? Bro, was? Die Schlampe hat doch normal geschossen, wo soll ich die gefoult haben? Ups, ah ja, du Schlampe. Digga, wie blockt der nicht? Ich kann das nicht, ey. Ich gegen den Bastard nicht gewinne, ne? Digga, Bro, wie, Ito? Wie? 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 Oh yes, Gegner, wie schmeckt das? Digga. Fick jetzt durch. So, und jetzt gibt's den Greedy, du Bastard. Hm, was ist los? Was ist los? Lupf rein in die Mitte beim Elfer. Hm, was ist los? Chim-Bomb-Bomb. Mach dich raus. Hör, die gezogen. Ich hab' vielleicht nicht gesehen, was da passiert ist, aber nehmen wir mit Chat. Und Ronaldinho gesniped, Mio. Ronaldinho war so geil. Dafür, das ist halt geil mit den Flanken. Gegner hat für 90 Minuten bezahlt, dann wird der die auch mitnehmen. Leao arbeitet gerade die Flanken von Leao sind halt perfekt. Was eine Meme-Karte, dieser Van Dijk. Jawoll! Finalspiel-Chat, um die 18. Niederlage wäre der Stoß, der Stoß ins Loch. Wegen Disconnect dann diese scheiß 19-Siege nicht. Wird passen, ne? Wenn wir Sieg holen, dann noch einen Win-Kapp anmelden. Ach, du Scheiße. Oh, wie der von... Oh, mein Gott. Ronaldo gezogen. Wenn ihm das ja nicht die Niederlage kriegt, die er eigentlich verdient hat. Mein Gott, Digga. Diese Bastarde betrügen einen so sehr. Ich geh' ins Spiel rein und weiß schon, dass ich einen Disconnect bekomme. Wie schlecht ist das, Bruder, dieses Spiel? GG. Digga, zweites Connect einfach eigentlich 20-0 geholt. Gib mir Ronaldinho als Entschädigung. Lehm-Müll. Komm, wie lange das lädt, man. Ihr seid solche Prastarde in diesem Unternehmen. Bis zum nächsten Mal. Teil. doc. 건 demmer. 아�- was 주state- 点 Ehem. Bis zum nächsten Mal.